Staut sich dein Leben? Nun, schauen wir mal, was da so zu tun ist. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Markus Ritz Zentrum für Yoga mit über 1600 Videos rund um die Thematik Yoga Leben und Gesundheit. Der Stau im Leben, nun, nervt manchmal, wie der Stau auf der Autobahn. Und dieser Stau im Leben ist auf vielerlei Ebenen, auf der energetischen, auf der psychischen, auf der seelischen, auf der körperlichen Ebene. Ja, die Seele und die Psyche wird gerne unterdrückt, auch das Körperliche. Und auch das Körperliche ist dann für manche Menschen der Auslöser, etwas zu verändern. Wenn nämlich sich etwas staut, so gemäß der traditionellen chinesischen Medizin, wenn sich die Energie staut, gibt es Schmerzen. Schmerz-Syndrome, Schmerzprobleme, im Sinne von Kopfschmerz, Bauchschmerz, Rückenschmerz. Etwas staut sich, dadurch wird der Druck höher. Das ist ja cool. Der Druck wird höher im Kopf. Der Blutdruck steigt, wenn sich etwas staut, wenn es nicht fließt. Der Bandscheibendruck steigt. Der Gefäßdruck steigt. Der Hirndruck, der Augendruck. Alles aufgrund eines Staus. Wie bei einem Staudamm, das Periodenblut kommt, aber will nicht raus und es staut sich und staut sich. Und je schlimmer der Stau, desto schlimmer der Schmerz. Auf der seelischen Ebene staut sich das Leben, weil Lebensthemen nicht bearbeitet worden sind. Die stauen sich sozusagen auf. Man hat eine Ablage und da tut man die Aufgaben, die zu tun sind, immer drauf stapeln. Nun, irgendwann ist der Stapel voll und entweder kippt der Stapel um oder die Ablage bricht zusammen. Und so ist es im Leben auch, wenn sich im Leben etwas staut und es wird nicht bearbeitet, weggemacht. Ursächlich natürlich. Nicht symptomatisch behandelt. Wenn das nicht beseitigt wird also, bricht irgendwann etwas zusammen. Oder der Mensch fällt um in Form von Schlaganfall, Herzinfarkt. Nun, muss das sein? Braucht man das? Ja. Ganz eindeutig ja. Manche brauchen das. Weil man sonst auch nicht aufwacht. Nicht den Stau wahrnimmt. Nicht akzeptiert. Es nicht annimmt. Und der Stau im Leben macht unzufrieden. Wie auf der Autobahn, wenn ich viel unterwegs bin und ich habe immer zu Stau. Wie gestern. Oder zähfließend. Das nervt tierisch. Ja. Und im Leben auch. Da muss man was tun. Gut. Manche Dinge, wie beim Autofahren, da kann man manchmal nicht oder steckt man nicht drin. Ja. Muss man halt weiterfahren und gucken, wie man durchkommt. Oder man fährt zu anderen Zeiten natürlich. Im Leben kann man auch nicht immer allen Stau wegmachen. Manches ist einfach so. Muss man Geduld mitbringen. Und auch das hat was für sich, wenn man im Leben Geduld hat und sich mal anschaut. Was ist los? Wie reagiere ich überhaupt, wenn Stau ist im Leben? Akzeptiere ich das? Oder hadere ich damit? Kämpfe ich damit? Oder unterdrücke ich es? Mit Zigaretten, Alkohol? Und so weiter. Nun. Das waren aber Gedanken vom Zentrum für Yoga. Markus Ritz. Mein Name. Gerne abonniert meinen YouTube-Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.